Herzlich willkommen am wunderschönen Bodensee in Arborn. Mein Name ist Daniel Erne. Ich habe die Firma Erne Engineering AG 1997 gegründet. Wir sind in der Schweiz ein führender Entwickler und Hersteller von technologischen Produkten sowie kundenspezifischen automatisierten Anlagen und Maschinen. Sie sehen hier eine High-Speed-Montagezelle für 50 unterschiedliche Baugruppen, welche innert wenigen Minuten umgerüstet werden kann. Der Betrieb erfolgt rund um die Uhr bei einer Verfügbarkeit von über 95 Prozent. Mit acht linear direkt angetriebenen Pick-and-Place-Einheiten von Schunk, darunter sechs PPUE-Systemen, gewährleistet unsere Montageanlage kürzeste Zykluszeiten von weniger als 1,2 Sekunden. Wir haben die direkt angetriebenen Pick-and-Place-Einheiten mit den bewährten Kleinteilgreifern MPG Plus und KGG erfolgreich kombiniert. Sämtliche Abfragen werden dabei ebenfalls durch Schunk-Sensorik übernommen. Über Schunk-Mikroventile, die unmittelbar in die Pick-and-Place-Einheiten integriert sind, werden die Pneumatikaktoren direkt mit Druckluft versorgt. Zum Schluss möchte ich mich für die tolle und kompetente Beratung seitens dem Schunk-Team bedanken, aber auch für die jahrelange Zusammenarbeit beim Aufbau unserer Serviceorganisation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017